So, wir können zu den unteren Märkten, können aber auch hier lang gehen. Schauen wir doch einfach mal hier ein bisschen. So, wir werden uns aber natürlich auf den Weg zur Situation der Sicherheit machen. Denn dort wartet jemand auf uns, der in unser Team mit aufgenommen werden möchte. Der ein neues Squad-Mitglied wird, beziehungsweise eigentlich warten gleich zwei Männer, wenn man so will. Darauf in unser Team aufgenommen zu werden. Wie geht's zum Präsidium? Achso, das ist Ashley. Ich schaue mal nur noch kurz, wo es hier hingeht. Eigentlich ist das Präsidium ja auch nicht richtig, ne? So. Ach, hier sind wir. Okay. Ja, und kommt mir bekannt vor. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Oh nein. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Diese Frau wird später noch total wunderbar für uns. Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Klingt wie eine gute Sache. Wenn ich Informationen finde, bekommen Sie sie. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. In diesem Teil ist das noch nicht der Fall, glaube ich. Aber in Mass Effect 2 wird diese Frau absolut schrecklich werden für uns. Und da ist es dann immer eine Wohltat, wenn man dem bösen Pfad folgt, weil man ihr dann auf die Fresse gehen kann. Das ist einfach wunderbar. Gut. Ähm. Ich bin gerade... Ich laufe gerade zu den unteren Märkten. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Aber ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ja, ja. Hier gibt es nämlich noch einen Keeper, den wir abgrasen können. Wir haben noch einen Haufen Leute, die wir auch mit untersuchen können. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Aber da wir sowieso noch kein Geld haben, möchte ich auch noch gar nicht mit den ganzen Händlern hier reden. Das können wir dann auch später verschieben. Erstmal würde ich sagen, bewegen wir uns dann mal in Richtung C-Sicherheit. Ich mache jetzt natürlich noch relativ viel, ohne die Schnellreise innerhalb der Citadel zu benutzen. Was natürlich auch daran liegt, dass wir die Gegend auch kennenlernen wollen. Wird später natürlich anders. Hier oben geht es übrigens ins Flux. Da gehen wir dann später noch hin. Wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Später werden wir natürlich viel mehr uns dann mit der Schnellreise bewegen. Ist logisch. Wenn wir dann gezielt zu irgendwelchen bestimmten Orten gehen. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen unten lang. Wir müssen unten lang. Deswegen gehe ich erstmal oben lang. Und schauen wir mal kurz, ob hier ein Keeper war. Nein. Aber hier hinten gibt es auch noch eine Ecke, in der es etwas zu uns... Ach, an sich des Nebels, in der es etwas zu uns zu tun gibt. Gut, wieder ein bisschen Info für uns. Hier gibt es die Tür zur Klinik. Ich mache nochmal ganz kurz hier den Keeper fertig. So, und dann schauen wir mal kurz in der Klinik vorbei. Was es denn hier so Hübsches gibt. So, wir sagen weiter. Hallo, Commander. Ich bin Dr. Chloe Michel. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten. Ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Das hier wird später noch äußerst interessant. Denn diese Medizin-Interfaces, die sind ziemlich gut, was die Gesundheitsregeneration und so angeht. Wobei, waren es die Medizin-Interfaces? Nein, ich glaube nicht, ne? Schauen wir mal kurz. Gesundheitsregeneration, Giftresistenz. Ja gut, oder hier das Medi-Exoskelett zum Beispiel auch. Da haben wir dann gleich noch Induzierung auf Abkühlung mit drin. Die sind aber schweineteuer. Das ist das Ärgerliche dabei. Notfall-Interface finde ich jetzt nicht so geil. Weil das eben... Gut, man kann die Gesundheitsregeneration ein bisschen erhöhen. Aber es ist nicht viel. Ähm... Ich weiß aber nicht, das ist glaube ich nur, wenn man was abgekriegt hat. Na gut. Logisch, wenn man was abgekriegt hat. Wir können ja mal schauen. Das ist schon wieder zu teuer. Ach komm, wir leisten uns mal eins. Kaufen wir mal das Notfall-Interface 2. Und klatschen das Shepard mal auf die Rüstung. Was haben wir denn da momentan drin? Abkühlungsreduzierung. Ja gut, das ist jetzt nicht so toll. Physik-Limit. Hier das Notfall-Interface rein. Damit steigert sich unsere Gesundheitsregeneration noch ein bisschen mehr. Äschle hier hake ich auch mal was rein. Vielleicht mal... Moment, ich muss noch kurz schauen. Durch die Aufrüstung des Kappentzugs mit mikro-gravimetrischen Sendern wird die Masse künstlich erhöht. Dies bietet mehr Schutz gegen Aufprallkräfte über die Explosion-Kinesische Verbesserung. Okay. Ja, machen wir das doch mal. Gut. Kai-Land drücke ich jetzt nix rein, was einfach da liegt, dass ich ihn gar nicht mehr so lange im Squad behalten möchte. Ich mag Kai-Land einfach nicht so besonders, muss ich zugeben. So, warum denn hier ist es... Hier ist das Feuereinnämmungssystem. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Ach, ich glaube, wir können drauf schießen. Aber erstmal natürlich nicht. Halt. Wir stoppen unser Medi-Geld wieder auf, weil ich vorhin eins ausgesehen verbraucht habe, als ich nach einem Nahkampfangriff gesucht habe. So. Und dann können wir mal die Treppe nach unten nehmen, denn da kommen wir zur C-Sicherheit. Nach einer kurzen Fahrstuhlfahrt. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, zumindest. Haben aber auch noch jemanden, mit dem wir sprechen können. Und einen Keeper. Das ist doch ein Traum hier. Hey, ich kenne Sie. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich habe das Monument auf Akkuse gesehen. Dort gibt es einen ganzen Abschnitt über Sie. Unglaublich, dass Sie überlebt haben. Offenbar haben Sie einen Fan. Oh ja. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich heiße Lang. Officer Eddie Lang von der Citadel-Sicherheit. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Was machen Sie hier unten in den Bezirken? Kann ich Ihnen helfen? Der wird ein übelster Fanboy später mal. Warum sind Sie bei der Citadel-Sicherheit? Ich weiß nicht, es schien das Richtige zu sein, wissen Sie? Vielleicht liegt es mir im Blut. Mein Großvater war Polizist auf der Erde. Die Citadel-Sicherheit ist so ähnlich, nicht wahr? Die Polizei auf der Citadel. Ich bin noch recht neu, aber bisher gefällt es mir. Ist viel interessanter, als auf der Erde zu bleiben. Man trifft alle möglichen coolen Aliens, wie dieser Hana, wild. Und die Citadel-Sicherheit wird hier sehr respektiert. Wir halten das Gesetz aufrecht. Das wissen sogar Aliens zu schätzen. Wie gefällt es Ihnen, hier auf der Citadel zu arbeiten? Hier ist es unglaublich. Ich bin seit über einem Jahr hier und habe gerade mal ein Zehntel gesehen. Das Präsidium ist so schön, man kann sich dort toll entspannen. Aber hier unten in den Bezirken gefällt es mir besser. Irgendetwas passiert hier immer. Wie dieser neue Club, der vor einigen Monaten aufgemacht hat. Da ist vielleicht was los, Commander. Das sollten Sie sich mal ansehen, wenn Sie Zeit haben. Was wissen Sie über die Spectres? Nur das, was Sie in den Videos zeigen. Sie stellen sie immer als Superagenten dar, die bei geheimen Missionen die Galaxis retten. Aber ich weiß, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Einige der anderen Jungs von der Citadel-Sicherheit mögen sie nicht besonders. Sie finden, sie dürfen nicht so oft hart an der Grenze des Gesetzes operieren. Aber der Rat würde sie nicht einsetzen, wenn sie nicht gut wären, oder? Kennen Sie einen Officer der Citadel-Sicherheit namens Harkin? Ich sollte lieber den Mund halten. Er ist schon viel länger dabei als ich. Aber ich habe Sachen gehört, wissen Sie? Er trinkt im Dienst, lässt sich bestechen, solche Sachen eben. Das sind größtenteils Gerüchte. Aber Sie haben ihn suspendiert, also muss was dran sein. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Ja, dieser Mann, der wird auch noch später immer mal wieder anzutreffen sein. Der wird echt der absolute Fanboy von uns. Vor allem, wenn wir dann später... Damit spoiler ich glaube ich nicht mehr als so viel, wie ich das sage. Wenn wir später dann Inspector werden. Das ist ja schon verraten worden, dass wir sowieso schon auf besten Wege dazu sind. Achso, wir möchten noch so schnell bestimmen, natürlich. Ähm. Kann es sein, dass wir Ashley vergessen haben? So ein bisschen. Angesichts des künstlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ja, das war der Newsflash zwischendurch. Also die Fahrstuhlfahrten sind immer ganz lustig, finde ich, weil man eben noch so ein bisschen Infos mitkriegt. Ab und zu auch einfach Gespräche zwischen den Squad-Mitgliedern belauschen kann. Ist schon ganz nett gemacht, vor allem, weil es dann wirklich auch drauf ankommt, wie man dabei hat, was für eine Konstellation das vor allem ist, wie die zueinander stehen, je nachdem sind dann auch die Gespräche. Aber jetzt sind wir endlich bei der Citadel-Sicherheit. Den Bereich lassen wir erstmal außen vor, der wird erst später interessant. Wir müssen hier rüber. Und dort haben wir schon den Krogane, der erwähnt wurde, der vom Shadowbroker angesetzt wurde auf Sahne. Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Ja, Mensch. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon schickt mich. Balafon ist schlau. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Er hat etwas sehr Dummes getan. Er hat den Shadowbroker betrogen. Eine Quarianerin war hier auf der Citadel. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen. Also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadowbroker zu vereinbaren. Stattdessen holte er Saren. Fist ist dumm. Er ist nur gierig. Saren zahlte ihm für die Quarianerin ein Vermögen. Er musste. Sie kann seinen Kontakt zu dem Geht beweisen. Wenn wir an diese Beweise rankommen, können wir beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Rat wird uns anhören müssen. Wo ist die Quarianerin jetzt? Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Wenn Sie mir helfen, Fist zu töten, gehört sie Ihnen. Erzählen Sie mehr über Ihren Arbeitgeber. Da gibt's nicht viel. Ich habe nur eine kodierte Nachricht mit den Details. Standard. Und Garus, der Torianer? Er will Saren auch erledigen. Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Die Lilane, die Tech-Stärke. Und die Rote, die Kampfstärke. Ashley ist genau wie wir ein völliger Soldat. Kaidan ist, ach, ich weiß nicht mehr, wie die Gruppe hieß, Techniker und Biotiker im Mix. Und Erdnard ist ein Frontsoldat. Frontkämpfer. Frontkämpfer, glaube ich. Das heißt, Biotiker und Soldat oder Nahkämpfer oder Kämpfer im Mix. Und, äh, ich möchte auf jeden Fall natürlich einen Biotiker dabei haben. Ich möchte aber auch Ashley dabei haben. Ich mag Kaidan nicht wirklich. Deswegen bleibt der außen vor erst mal. Und wir nehmen das Squad an. Gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Garus zu finden ist. Das wäre eigentlich schön, wenn wir den noch holen würden. Dann würde ich nämlich auch Ashley gegen Garus austauschen. Denn ich spiele, ehrlich gesagt, lieber mit den beiden. Und Garus ist auch ein bisschen nützlicher, finde ich. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftsbark, Korban. Er hat sie bedroht. Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann ihn nicht treffen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Korban kennen wir ja schon. Das war der Salarianer, der uns die Aufgabe mit den Kiefern gegeben hat. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Rex steht so nah dran, dass wir halt immer in ihn reinschauen gerade. Das ist ein bisschen ungünstig, aber was soll's. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Wir reden mit ihm. Wir zeigen's ihm nicht unbedingt. Das wird sich erst herausstellen. Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Jaja, du alte Pätze. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Gut, haben wir einen neuen Auftrag. Mit Korban hat's noch mehr auf sich, als wir bisher mitbekommen haben. Hallo, Commander. Das werden wir noch ergründen. Ich will da mal ganz kurz hier in den Büros nachschauen. Ob wir hier gleich noch ein bisschen was an Infos mitnehmen können. Erstmal nicht, wie's aussieht. Jedes Mal, wenn ich die Zitadelle besuche, bringt mich die Sicherheit für einen netten Flausch her. Der Mann ist so großartig. Gut, irgendwann müsste es hier eigentlich, würde ich denken, noch einen Computer geben, an dem wir was hacken können. Aber vielleicht ist das dann auch später erst der Fall. Vielleicht greife ich da schon ein bisschen zu weit vor. Ich weiß es nicht. Wir gehen aber mal ganz kurz hier hoch. Hier haben wir die Steuer-Terminal-Stair-Sicherheit. Was erst mal... Hier haben wir ein Tracking-Terminal, genau. Hier geht's auf jeden Fall. Oh, doch nicht. Ähm. Genau. Äh, hier gibt's auf jeden Fall noch einen Keeper. Das weiß ich noch. Den finden wir hier. Ich weiß es bis gerade nicht mehr. Kommen wir so an den Rand? Ja. Sehr gut. Und da wollen wir natürlich noch mal kurz hier in die Waffenschränke schauen und ein bisschen was klauen gehen. Oder auch nicht. Dann sind es eben bloß Infos, die wir uns holen. Wir müssen aber noch mal den Aufzug wieder nehmen, den wir gerade eben schon hatten. Den wir müssen noch mal zur Krankenstation. Dort nämlich befindet sich Gareth, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oh, das wollte ich gar nicht. Nein! Na, 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 boah! Schön wieder wegstecken. Ich schmeiße hier eine Granate hin, meine Güte. War jetzt gerade so ein Reflex von Skyrim, weil man da mit R auch die Tasten... Entschuldigung! Weil man da mit R die Waffen wieder wegsteckt. Und, äh, das hatte ich letztens erst gespielt. Deswegen war das gerade der Reflex bei mir. Dabei steckt man die Waffen hier mit Kuh ein und aus. Ist das nicht normal für den Dienst eines menschlichen Soldaten, Williams? Dass man versucht, einen abtrünnigen Specter und seine Armee synthetischer Soldaten zu vernichten? Nein. Darüber haben wir in der Grundausbildung nichts gelernt. Ja. Mehr habt ihr nicht miteinander zu besprechen. Hä, Rex? Der sieht auch sehr lustig aus. Ich weiß, die haben diese lustigen Buckel. Ich glaube, das kommt aber hauptsächlich auch durch die Anzüge. Die Kroganer sehen alle so aus. Und, äh, die haben auch einen ganz eigenen Charakter. Wir sehen schon diesen Kopfschild, den sie da haben. Die sind wirklich die Hautraufs. Und die Kampfschweine und Kriegsmaschinen unter den, äh, Rassen. Und ich bin falsch. Wir sind hier am Dock der Moment. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich den Keeper, den es hier noch gibt, mitnehmen. So. Haben wir auch den gescannt. Denn auf die Normandy dürften wir eigentlich noch nicht wieder drauf kommen. Wir haben nämlich keinen Grund auf der zu sein momentan. Oder? Tut mir leid, Commander. Keiner darf im Moment auf der Normandy sein. Irgendwelche Routine arbeiten. Genau. Gut. Wir kommen nicht auf die Normandy. Wir wollen auch gar nicht auf die Normandy. Ich hab bloß den falschen Aufzug genommen. Das tut mir sehr leid. Wir könnten aber natürlich das Rapid Transit nehmen. Rapid Transit. Hier gibt's noch eigentlich eins, oder? Bilde ich mir das nur ein? Also ich war der Meinung, hier würde es auch so eins geben. Na gut, dann müssen wir eben nochmal in den Fahrstuhl fahren. Tut mir leid, dass wir jetzt hier sinnlos in der Gegend rumgurken. Passiert. Und dann werden wir uns unten gleich in den nächsten Aufzug wieder schmeißen. Es sei denn, wir haben unten dann... Sie kommen gut klar, Williams. Das ist überraschend. Korganische Frauen müssen daheim bleiben und sich der Fortpflanzung widmen. Tut mir leid, wenn ich Sie enttäusche, Rex. Ich bin kein sehr häuslicher Typ. Ich sagte nicht, dass ich enttäuscht wäre. Ich könnte mich daran gewöhnen, in Gesellschaft von Frauen zu töten. Das verleiht den Kampf an den ganz anderen Beigeschmack. Ja, ich glaube, die beiden, die vertragen sich ganz gut. Vielleicht könnten wir dann hier unten auch so ein Rapid Transit finden. Das könnte uns dann die Reise doch ein bisschen beschleunigen. Wenn wir jetzt nicht nochmal mit einem Aufzug fahren müssten. Aber mal schauen, ich glaube, hier unten ist keins, ehrlich gesagt. Macht das Loch auf. Wir könnten auch direkt zu Fist gehen. Doch, hier gibt's eins. Wunderbar. So, dann schauen wir mal. Bezirke. Und da ist die medizinische Klinik. Genau, das ist ja will ich. Wir können natürlich auch direkt zu Fist gehen. Denn dort treffen wir auf eine weitere Person, die mir sehr wichtig ist. Ich hab niemandem gesagt! Das schwöre ich! Aber das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! So, Zeit zum Kämpfen! So, wir probieren mal ein bisschen die Schrot aus. Können natürlich aber auch wieder aufs Sturmgewehr zurück wechseln. Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, der Kollege versteckt sich nicht gut genug, ne? Ich glaub, das war's schon, oder? Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Na, komm raus. Ach, weißt du, was so ist? Mach was doch einfach so. Sympathisch, oder? Ich weiß gar nicht, konnte man von denen... Nee, looten ging nicht, ne? Wollte noch mal gucken, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber das geht natürlich nicht. Garrus, mein Freund. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michelle, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Gut. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Wer von denen ich Ihnen erzählt habe, Shepard? Sie muss Saren mit den Gäth in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Willkommen an Bord, Garrus. Fist wird uns schon erwarten. Wenn wir zuschlagen, dann muss es ihn auch hart treffen. Oh ja. Und wir müssen wieder auswählen. Diesmal nehme ich Garrus und Rex. Wir lassen also die beiden Menschlein zu Hause und sind jetzt mit voller Mannes Power unterwegs hier. Kampfstärke natürlich ein bisschen niedriger, aber wir haben jetzt auch einen Tag dabei. Ist auch ganz nett. Was können wir denn hier überprüfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, da wird es nochmal ein großer angezeigt. Einfach. Ganz grandios. Angenommen. So, die Waffen sind natürlich... Wieso schon wieder abtrünnig plus zwei? Was wollt ihr denn von mir? Ich weiß es nicht. Ich bin doch gar nicht abtrünnig. Ich mach doch überhaupt was. Ich bin doch gar nicht abtrünnig. Ich bin doch gar nicht abtrünnig. Ich bin doch gar nicht abtrünnig. Vielen Dank.